Was machst du? Das ist eine Frisur. Kannst du mal aufhören, die anzulecken? Ich hab sie nicht geleckt, ich hab nur dran gerochen. Ich hasste, Lukas. Ich hasste es, wenn der meine Haare abschlägt. Ich leck sie gar nicht ab, Schatz. Ich riech nur dran, ob du deinen Kopf gewaschen hast in den letzten paar Tagen. Ich hab die gestern gewaschen. Riech. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Riech gut. Können wir das später erklären, ob ich ein Stinkmuffel hab?